Willkommen zu einem neuen Let's Play von Amnesia. Ihr merkt, es wird gruselig und ich werde versuchen, die Stimmung ein wenig einzufangen. Also lasst uns ein neues Spiel beginnen. Ich werde, ja, laden, gugur. Sch-sch-sch-sch-sch. Sch-sch-sch-sch-sch. Ich bin Daniel. Ich bin in London. Ich bin... at... at... Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... it. I am Daniel. Oh, oh, was ist passiert? Mein Schädel. Wo bin ich? Was mache ich hier? Oh, oh, oh. Oh, mein Schädel. Oh, oh. Okay, ich bin sicher. Okay, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Oh, okay, der freut mir. Der geht ja auch nicht weit. Oh, mein Schick. Oh, was ist das? Oh, was besteht hier? Oh, was war das? Oh, kommen wir hier raus? Oh, nein! Oh, was ist das jetzt? Was war das? Oh, eine Tür! Oh, wer ist da? Oh, scheint jemand zu sein. Okay, ist das die hier drinnen? Oh, nein! Oh, mein Schick. Oh, mein Schick. Okay, den nehme ich mal mit. Vielleicht ist hier irgendwo jemand. Oh, mein Schick. Okay, was ist hier nun? Ich glaube, hier müssen wir hin. Hier sind wir. Was ist hier los? Was ist das für ein Hund? Wo bin ich hier? Ist hier jemand? Oh, was ist jetzt? Oh, mein Schädel! Oh, was war das? Oh, hier bewegt sich alles. Was ist das für ein Hund? Wo bin ich hier? Wir müssen weiter. Die Spur fällt hier weiter. Oh, meine Reaktion! Okay, wir gucken erstmal hier rein. Okay. Jetzt die nicht die Schäuze. Oh, wie geht es? Na, muss es nachfangen? Was ist denn da? Ist da jemand? Wir haben ja gar nicht drin. Okay. Oh, was ist das? Oh, schnell raus hier. Was war das? Okay, da geht's mal rein. Okay, die Spur führt hier weiter. Alte Archive. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tu ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich. Und schlug selber mit einem Stein. Okay, hier ist niemand. Oh. Oh, was ist jetzt? Oh, warum ist das hier so locker? Oh, meine Güte, meine Güte. Ich brauche Licht. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Oh. Ich hör doch mal. Na, was ist jetzt? Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Oh, mein Güte. Das ist dumm. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Was ist jetzt? Okay, ich geh jetzt nicht mehr zu. Was ist hier? Hallo? Oh nein, was ist denn jetzt? Oh nein, oh mein Gott. Meine Glatärde. Oh Gott, das ist so neppisch. Eine Tür. Okay, siehebel. Oh Mann, ist das gruselig hier. Na, was ist jetzt? Oh, hier bewegt sich alles. Oh. Oh. Bin ich hier noch? Oh, da reicht es so neppisch so gut. Ich bin hier. Oh, da reicht es so. Oh, da reicht es so. Oh, da reicht es so. Hallo? Oh, da reicht es so. Oh, da reicht es so. Oh, da reicht es so. Ich will nicht mehr, wenn ich das Geheimnis habe. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, nachdem ich den Geheimnis habe. Keine Angst, Daniel. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber wissen Sie das. Ich entscheide mich nicht. Versuch es, um die Kraft zu finden und die Kraft zu finden. Es gibt ein Ziel. Du bist mein Finalem Geheimnis, um alles richtig zu machen. Gott sei Dank, der Name Alexander von Brandenburg immer wieder in Sie schütze. Wenn nicht, dann wird das Schmerzen sein. Geht nach dem Inneren Sanctum. Find Alexander und ihn tönt. Sein Körper ist alt und stark. Und dein, jung und stark. Er wird nicht für dich. Eine letzte Sache. Ein Schmerz ist folgenden Sie. Es ist ein lebendes Geheimnis. Es ist eine Realität des Geheimnis. Ich habe alles versucht, und es gibt keine Möglichkeit, um zurückzukommen. und zurückzukommen. Du musst es so lange, wie du kannst. Räumt uns beide, Daniel. Descend in die Schmerz, wo Alexander wartet, und murdere ihn. Dein früherer Selbst, Daniel. Mein früheres Ich. Ich habe mir die Nachricht selbst geschrieben. Was geht hier vor? Oh. Oh, shit. Ein Gerät? Ein Gerät! Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigen Familie zu beruhigen. Okay, was ist denn für jetzt? Hallo, jemand da? Alexander, ist es in der Kastel? In einer Art von sprechen, komm, bring the lamp. Du bist in der Refinerei, hast du nicht?